So, grüß euch alle miteinander. Jetzt geh grad noch ein wenig spazieren. Abends spazieren gegangen. Jetzt hab ich so gegessen um halb sechs. Das war sehr gut. Nudeln war dabei. Reis. Und runter haben sie auch gemischt. Das hat mir sehr geschmeckt. Dass ich gut schlafen kann, geh da schön spazieren. Da haben sie so einen schönen Park angelegt. Herrlich. Du kannst dich richtig erholen einmal. Darum bin ich ja da. Wow. Jetzt zeig ich euch mal jetzt den schönen Park. Da. Schau dir den Park an. Ja, herrlich. So was brauch ich. Auf dem Balkan war ich vor 15 Minuten noch bei mir. Aber da heißt es keine fünf Minuten nicht aus. Aber da brennt die Sonne so her auf dem Balkan. So heißt es noch jetzt um die Zeit, gell. So, da. Jetzt fühl ich euch da ein bisschen mit. So. Entschuldigung. Oh, der nennt ja Princess Gott. Ég noch sein хочешь. Tasten罄. Junge. Dann ist das auch wichtig, woher ich dann will. igsze Überstattung. über das complete wollen. Ungefärst du nach den dennigen den Bauch. Nun gab es das alles einsetzen. So und Wurten, jetzt kannst du einen Kaffee trinken und eine Eisdiele gibt es auch, aber ich darf ja jeden Sonntag einmal Eis essen. Das habe ich schon abgelehnt mit der Ärztin. So und da ist der Bach und da habe ich schon den ersten Tag Fisch gesehen, weil jetzt meine dann schlafen. Jetzt habe ich noch keinen gesehen, ganz braune Fische sind das, die habe ich auch noch nie kennengelernt. Schaut Leute, da können wir kein Schau spielen, aber ich kann es ja nicht, aber so schön, herrlich. Schauspieler Anyway so, der Acho gehört. D. Hallo, du kommst her zu mir, der HC ist hübsch, du kommst her, du kommst, schau, die Tante mich fuhlen, das ist ja ganz selten, dass die Anten fuhlen, hallo, grüß dich, so eine Liebe hat sie, so schön, da hat Schneckensucher, geht's mit mit mir, dreimal runter. So, da vorne ist das Acapulco Pachalaboch, aber das gehört nur für die Urlauber, gell? Oha, da geht's zu, das nächste Mal nehme ich da jetzt eine Woche mal, dann komme ich alles Urlauber da, gell? Hier, da gibt's viel Rutspannen für die Kinder, gell, alles mögliche, meine gehen die abheben nicht, muss ich da jetzt ein paar Bilder erhaschen. So, da geht's. So, jetzt sind wir schon wieder zum Schluss, gell? Ich hoffe es, dass euch jetzt der Film gefallen hat, gefallen hat. Und mir das sehr freuen, wenn ihr eine Damen kriegt, gell? Eine blaue Damen, das war sehr schön. Okay dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch. Servus, für euch. So, seht ihr das? So, wir sind nicht rechts, sondern das, was in der Mitte ist, ja, das ist mein Heim. Da habe ich mir mein Zimmer, auf die anderen Seite halt. Die haben alle wunderbare Zimmer, Kühlschrank, Fernseher und noch ein Tresor, Balkan, ein schönes Klo, alles. Und ein Ledersitz haben sie da und ein Lederstock, das war für die Fußpatienten, wie ich bin. Mich hat es ja mit den Bandscheiben recht, es tut ja mein linker Fuß jetzt mal so weh. Und das haben sie genau so hergekriegt. Genau richtig für mich, wunderbar. So, und da bin ich eh schon wieder daheim. So, jetzt geh ich nachher rauf, und die werden wir noch nach einer Woche herunten haben. Habt ihr das? Gell? Jetzt haben wir acht verschiedene T-Sorten. So, liebe Leilz, nach dem Vierteich. So, schaut mal da rauf, sechste Kirchen. Jetzt hab ich mich schon unterhalten wie beim. Jetzt hab ich mir auch gesagt, circa eineinhalb Stunden braucht er dich rauf. Du gehst recht steil rauf, gell? Aber das tue ich mir nicht an, mit meinem hinnigen Fuß, gell? Und zwar, das gehen sie mit der Zeit nicht aus. Jetzt hab ich volles Programm jeden Tag, gell? So, da irgendwo, wo weiß ich nicht mehr, aber dort oben hab ich mein Zimmer irgendwo. Gell? Links oder rechts, auf alle Fälle haben sie alle Balkanen. Sechste? Ja, das ist das Reha in Bad Schalabach. Aber ich hab's gestern erfahren, da gibt's auch so viele Reha da herinnen. Das ist nicht das Einzige. Gell? 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 Gell?